119 zu den VfB News und ja, wie immer die Einkündigung könnte ein bisschen länger werden, schauen wir mal, wir legen los mit dem ersten Abschnitt, ja, ich sag mal Transfergerüchte, man könnte es auch nennen, die Kategorie von damit es mal gesagt wurde, damit die Namen mal irgendwie genannt wurden, falls sie nochmal ernster werden, ähm, aber zu all dem, was jetzt hier kommt, wurde es bisher zumindest nicht richtig ernst, vieles nur irgendwie einmal im Gerücht, manche schon ein bisschen näher, aber nicht ganz, 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 ganz nah dran, ähm, Nummer 1 ist Ayeghun Tosin von Zürich, ähm, ja, Offensivmann, 2-3 Millionen waren da oder sind da im Gespräch, ist aber auch schon länger her das Gerücht und seitdem auch nichts passiert, das haben wir ja vorne auch durchaus schon andere Sachen gemacht, das kommt ja gleich noch, ähm, dann haben wir Malis, Darin Malis, der war auch doch schon so ein bisschen näher dran, also da war auch schon Bild und sowas dran, ähm, aber irgendwie bisher auch oder seither auch wieder ein bisschen kälter geworden, das ist Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt, ähm, also offensiv Mittelfeldspieler, ähm, der ja offiziell Inter Mailand gehört, wenn ich es richtig im Kopf hab, aber ausliegen war Indy Schweiz, ist auch ein Schweizer, ähm, genau, und da ist, war wohl, war wohl, war wohl Interesse schon durchaus da, 4-5 Millionen hieß es da, Gentner war aber auch bei einem U21, ähm, EM-Spiel von ihm vor Ort, hat sich's angeschaut, ähm, aber wie gesagt, da kam jetzt weiterhin nichts, vielleicht wird das vielleicht ja nochmal warm, ähm, was auf jeden Fall nicht nochmal warm wird und auch nur kurz, nur eine Quelle war, war Alexander Chiku, äh, ein ghanaischer Innenverteidiger, schon ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener, 28 Jahre alt, da lief der Vertrag im Sommer aus mit, mit Straßburg und, ähm, ja, da waren wir wohl auch interessiert, ähm, wäre ja auch abdösefrei gewesen, aber den hat sich jetzt, glaube ich, es sind viele Klubs, genau, ich glaube, Fenerbahce war es am Ende zu, denen er jetzt gewechselt ist, offiziell, ähm, Keitel, auch ein Name, der ja schon vorgekommen ist, Janik Keitel von Freiburg, 23 Jahre alt, hat auch U21M gespielt, ähm, und der war ja immer irgendwie Thema beim VfB, ähm, ist die Frage, wie viel Spielzeit er bekommt in Freiburg, deswegen der wechselt auch nicht ganz unwahrscheinlich, aber, wie gesagt, zudem, wurde's nicht wirklich, äh, enger und bei dem interessant auch hier jetzt beim Kicker gerade, der hat nur Vertrag bis 2024, also vielleicht, ähm, auch was für nächsten Sommer, vielleicht eben was, was auch dieses Sommer spät noch gehen könnte, weil sie eben nur jetzt noch richtig Kohle machen könnten mit Keitel, weil er, steht hier auch beim Kicker, scheinbar ein Verlängerungsangebot von Freiburg, äh, nicht angenommen hat, also Keitel könnte noch mal wärmer werden, was irgendwie ständig noch ein bisschen aufgekocht wurde hier von Blättenberg, ist Paul Onuachu, das ist der Kollege, der nach Southampton gewechselt ist, für richtig gut Asche, aber in der Premier League absolut nichts gerissen hat, nichts, sind ja auch abgestiegen Southampton, und da sind wir irgendwie immer noch wieder genannt worden von ihm, ähm, hier eben Thema sollte Gerasi, also, hat geschrieben, once Gerasi should be sold, äh, Blättenberg, ich würde mal das so interpretieren, dass es vielleicht ein Kandidat werden könnte beim VfB, sollte man Gerasi, äh, verkaufen, so würde es ich interpretieren, weil man ja auch direkt Angst bekommt von wegen nach dem Motto, ähm, also nach dem Motto, sobald Gerasi verkauft ist, das wäre das schon ein richtiger Plan, dass sie verkauft werden sollen, ne, hat manche ein bisschen Angst bekommen, aber ich würde es eher so lesen in Richtung, sollte Gerasi wechseln, was ja nicht ganz vom Tisch ist, ne, ähm, ähm, wenn da irgendwer unmenschliches Geld zahlt, ist das nicht, noch nicht ganz vom Tisch, bei Gerasi, und dann ist er vielleicht ein Kandidat, weil auch von der Statur her, also vom, vom Körper her, ein ähnlicher Spielertyp, aber ich glaube jetzt aktuell, während Gerasi da ist, überhaupt kein Thema, ähm, Hussein Basic war auch kurz hier rheinisches Anzeigen, ne, rheinische Anzeigenblätter.de, das ist das Richtige, ähm, die haben uns reingebracht, 22 Jahre alt, ähm, Talent von, von Köln, kennt man, glaube ich, Mittelfeldtalent von Köln, das wäre ein richtig starker Transfer, Marktwert 5 Millionen, und da hieß es mal, dass er VfB Interesse habe, ähm, ja, aber wie gesagt, da auch nicht, nicht mehr, und so billig würde er dann auch nicht werden, ne, 5 Millionen Marktwert, bei Köln spielt er schon auch durchaus eine Rolle, 22 Jahre alt, erstes würde er auch wahrscheinlich recht teuer werden, das war so ein bisschen Zugangs, äh, Gerüchteküche, jetzt machen wir Abgangsgerüchteküche, ähm, zwei, äh, zwei Spiele nach Griechenland ist hier das Gerücht, nämlich Aris, ähm, ist scheinbar interessiert an, ähm, Castanaras und an Chil Dias, sie haben ja schon Antonis Aydonis geholt, was auch noch gleich kommt, ähm, den haben sie schon geholt, ablässefrei von uns, und jetzt, ja, war wohl Dias ein Thema, ähm, Castanaras auch, ähm, scheinbar geht es bei Dias oder bei beiden Schwierigkeiten, weil, ja, Castanaras wohl nicht will, äh, und eben auch, äh, Dias wohl mit dem Gehalt zu viel will, also das ist auch, wie gesagt, nicht wärmer geworden, als, als diese ein, zwei Tweets dazu, ähm, dann Mafropanos, ist jetzt vielleicht in der Gerüchteküche, ich sag mal, grundsätzlich falsch, weil es ist wahrscheinlich das heißeste, die heißeste Kohle, die wir im Feuer haben, äh, was so Transfereinnahmen angeht, aber wie gesagt, da wurde halt auch noch nichts ernst, Tor, ne, diese ganzen Klubs, die genannt werden, Frankfurt wurde mal genannt, ähm, die haben sich ja Koch geholt, ähm, Napoli wird genannt weiterhin, da wird es ja auch irgendwo Sinn machen, weil Kim, äh, zu den Bayern gegangen ist, Nottingham, das war glaube ich der Verein, der auch im Winter schon irgendwie 20 Millionen gezahlt hätte, aber was abgelehnt wurde, Fulham auch Interesse, also zumindest hat er ein bisschen Klubs da, plus eben auch, das ist immer das Thema bei so Transfers, kommen wir auch später nochmal zu, in so ein bisschen Kaderplanungsmäßig oder Transferplanungsmäßig, äh, zum Schluss hier von der VfB-News-Episode, ähm, geht es ja immer darum, wie viel Kohle da im Endeffekt reinläuft. Natürlich wäre es schön, dann auch zu sagen, boah, der hat einen geilen Wechsel gemacht, aber Nummer eins für uns, weil er dann eben weg ist und uns ja nichts anderes bleibt, außer die Kohle dann vom Transfer, ist die Kohle halt sau wichtig und immerhin das, auch nach Porsche und so wie gesagt, Porsche ist wirklich guter Deal gewesen, auch zur Absicherung so ein bisschen, auch so ein bisschen einfach mehr Sicherheit zu haben und einfach eine größere Position zu haben, auch unseren Forderungen von wegen, wir müssen jetzt nicht mal vor Panos ums Verrecken für, jetzt ganz mal übertrieben gesagt, für 10 Millionen verkaufen, sondern wir können wirklich hingehen und sagen, yo, wir müssen nicht verkaufen, also wenn ihr ihn wollt, dann zahlt auch einen angemessenen Preis und da ist jetzt hier wohl, äh, ja, ein Pricetag, äh, Preisschild von 25 Millionen drauf, finde ich vollkommen in Ordnung, passt für mich 25 Millionen, das ist ein Preis, den ich gerne sehen würde für mal vor Panos und wenn viele dran sind und wenn du im Winter auch schon die 20 oder 22, was da war, äh, Millionen bekommen hättest, äh, im Winter, ist das glaube ich schon durchaus realistisch, dass das vielleicht irgendwer zahlt, aber aktuell sieht es noch nicht wirklich danach aus, also gibt es noch keine näheren, äh, Gerüchte zu mal vor Panos, ist eben auch das weitere Thema, wenn du viele Vereine hast, jetzt hier auch noch ein ganz kurzes Gerücht mit irgendwie, ähm, mit, mit Juventus, aber dazu gab es auch nicht wirklich viel mehr, aber wenn du eben viele Vereine hast und ein Preisschild hast, der kann natürlich sein, dass es einfach dauert, ne, dass es bis zum Ende dauert, dass es so ein Kaugummi-Transfer wird, der sie zieht, 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 dann wechselt er irgendwann drei Tage vor Transferschluss, ne, so Kalajic-mäßig und wir bleiben in Italien, äh, wir bleiben auch bei Neapel, die ist natürlich ein Nachfolger von Kim und da ist wohl auch, äh, Hiroki Ito mal genannt worden, aber auch da nichts Engeres geworden, bei ihm aber trotzdem auch die Angst da, auch großer Marktwert, Marktwert-Plus gemacht, der Mann, große Entwicklungen gemacht, Ito, Mafropan, das sind so, somit die, die heißesten Eisen da auch in Verteidigung bei uns, auch eben in Sachen Ablöse und eben auch in Sachen Abgang, noch neben Borna Sosa natürlich, ähm, Ömer Beyaz darf sich wohl, wie auch die meisten, wieder kommen wir auch später in der Kaderanalyse, ähm, dazu, äh, wie die meisten natürlich erstmal zeigen vor Hoeneß, ist ja auch ganz klar, ist auch völlig legitim, ähm, aber da ist wohl, ja, eher Abgang und hat ja auch bei uns nie große Rolle gespielt, damals Ablösefrei gekommen aus der Türkei, ähm, die Laien von ihm bisher waren auch nicht so, das war jetzt wohl auch wieder eine Laie im Gespräch, nämlich zum Ex-VfB-Trainer Wimmer, nämlich zu Austria-Wien, da ist eine Laie im Gespräch, aber auch schon länger her, das könnte ich mir mal vorstellen, dass es wirklich doch dann noch passiert, was nicht passiert, ist Borna Sosa zu, äh, Galatasaray Istanbul, ähm, oftmals, soll jetzt gar nicht doof liegen, aber oftmals sind es gerade diese kroatischen, äh, kroatischen, ich kann mich verlesen, äh, oftmals diese türkischen, äh, Gerüchte, die halt einfach wirklich Quatsch sind in vielerlei Hinsicht, ähm, hier stand wohl mal fest, dass Sosa in Kürze, äh, oder dass sie gesprochen haben über einen Transfer nach Istanbul, ähm, jetzt haben sich ja offiziell dann Angelinho geholt, Galatasaray Istanbul, äh, von dem her ist das Thema Sosa da dann auch vom Tisch. Wir machen weiter mit Bayern-Keeper und der erste Punkt ist da Koan Sommer, wer noch weiß, die alten Spruchbänder von den Bayern-Fans, glaube ich, waren es auch mit, mit Koan Neuer, als er dann kam, ähm, da haben wir auch schon in ein paar anderen Folgen drüber gesprochen, wurde immer wieder in Gerüchteküche reingeworfen, Jan Sommer, der Name, ähm, jetzt kam also ein bisschen raus, was, was nötig wäre, um ihn zu bekommen und sowas, ähm, dass die Bayern, dass er irgendwie eine Klausel hätte, dass er, ähm, für den Preis wechseln könnte, äh, für den dann auch zu den Bayern ist, also irgendwie neun bis zehn Millionen oder sowas, ähm, dann natürlich auch ein paar Leute weiter recherchiert, was, was damals rauskam, was es in Bayern ist und der Kollege verdiente halt irgendwie scheinbar fünf Millionen im Jahr, also der Punkt hier mit Koan Sommer ist eigentlich nur gerade von mir so ein bisschen nochmal aufgenommen, warum das absurd ist und warum ich dann weiterhin nicht dran glaube, ähm, die Bild pusht das Ding weiter oder hat es zumindest eine Zeit lang weiter gepusht, dass es nochmal interessant werden könnte und hier und da, äh, Wohlgemuth ja auch sogar im Trainingsauftakt gesagt, aus jetziger Sicht ist das sehr unrealistisch, ähm, die Geschichte mit Sommer, ähm, trotzdem auch da, wie gesagt, das blieb hartnäckig, irgendwelche Bayern-Podcasts und sowas, also dass sich Sommer den Wechsel schon vorstellen könnte zu uns, gibt ja durchaus auch ein paar Punkte, die da Sinn machen würden für ihn, zu sagen, jo, ich bin die klare Nummer eins, ich kann nochmal Bundesliga weiterhin, ich habe, äh, die Chance eben dann mich da durchzusetzen für die EM, dann für die Schweiz, dann im Kampf mit, äh, Kobel um die Nummer eins für die EM, es gibt schon ein paar Gründe, ne, aber eben rein finanziell und sowas wirkt das oder hat das schon immer für mich ein bisschen absurd gewirkt und jetzt, äh, gibt's, hängen sich die Inter-Mailand-Gerüchte noch ein bisschen näher an ihn, weil da jetzt ja Onana wohl zu Manchester United wechselt und da, ähm, ist wohl Sommer auf der Liste als Nachfolger bei Inter-Mailand und Plettenberg von Sky hat auch sogar hier, hat irgendwann mal gefragt unter irgendeinem anderen Plettenberg-Post, äh, Sommer zum VfB, Plettenberg hat geschrieben, nein, damit ist das Thema, also bisher kam auch seitdem, seitdem irgendwie, glaube ich, nichts Neues hochgekocht zu dem Thema, nichts Ernsteres, dafür haben sich Punkt 2, Koan Nübel, hab ich's mal genannt, ähm, eben zu Nübel verscharrt, ne, zu dem weiteren Bayern-Keeper, der irgendwie mal in Gerüchten war, der halt irgendwie auch einen neuen Abnehmer sucht, ähm, das ist nämlich Alexander Nübel, letzte Saison war ja, oder war länger als eine Saison, ich glaube, das war die letzten zwei Saisons oder so, bei, bei AS Monaco, kam damals von Schalke zu den Bayern, als der nächste, das nächste große Ding, ablösefrei, aber war irgendwie auch schon immer klar, Kollege, solange du zu den Bayern kommst und Manuel Neuer noch nicht seine Gere beendet hat, spielst du da nicht, ne, so ganz doof gesagt, also auch natürlich mit der Verletzung im Sommer jetzt, aber grundsätzlich verstehe ich nicht, warum ich als Torwart zu den Bayern gehe und mir irgendwie Hoffnung mache, solange Manuel Neuer noch ein paar Jahre in sich hat, ne, so, ähm, und da ist eben jetzt die Rede wieder von viel zu viel Kohle, auch hier wieder ein Thema, was vor allem die Bild weiterhin pusht, auch jetzt heute erst wieder gepusht hat, dass da nochmal neue Infos kommen und interessant werden könnte, meistens kommen dann eh nicht wirklich die neuesten Infos, sondern irgendwie eine, eineinhalb Satze neu irgendwie dazu, aber so ist es halt, ähm, ja, das ist für mich irgendwie ein bisschen too much einfach, also zu Nübel muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann ihn nicht groß einschätzen, hab seine Zeit von Monaco nicht so, nicht so im Kopf, ähm, grundsätzlich einer, der kann schon was, also so ist nicht, ähm, der ist auch sicher jetzt zumindest mal nicht schlechter als Bredlos, sag ich mal, um eben da in diesen Konkurrenzkampf zu gehen oder eben wahrscheinlich dann für Nübel auch ganz klar, wenn er zu uns wechseln würde und was er scheinbar ja auch für ihn im Raum steht, was für ihn scheinbar auch interessant ist, wie das Thema, ähm, Spielpraxis und irgendwo Nummer 1 sein, wird er hier auch zum VfB gehen als Nummer 1 für ihn auch mental, aber irgendwo ist ja trotzdem noch Konkurrenzkampf mit Bredlo, ähm, Problem ist halt hier, zwei Modelle, der VfB will leihen und die Bayern wollen verkaufen. So wird es berichtet und dann passt das schon überhaupt nicht zusammen und bei Nübel sag ich auch, ich will den gar nicht kaufen. Also wenn sie einen Nübel holen sollten, woran ich nicht glaub, wonach es irgendwie auch nicht aussieht, finde ich, dann bitte nur als Laie. Dann hol ihn halt für eine 1-2-Jahres-Laie und baue deinen Simon auf. Ich will nicht, dass du dem Simon den Weg verbaust und es auch da irgendwie von dem viel U19 gesehen zu haben, aber einfach vom Ding her, ne, da kommt so der nächste, ich sag mal, der nächste Leno hoch und sowas und du willst nicht denselben Fehler machen wie bei Leno zum Beispiel, dass du den halt irgendwann an Leverkusen vertickt hast, schon viel zu früh, ähm, deswegen verbaut dem den Weg nicht und das würdest du ja machen, weil Nübel, natürlich im besten Fall kommt Nübel, spielt top und nachher sorgt jeder für mehr Geld weg, war auch wahrscheinlich der Nübel-Weg eher, nochmal höhere Regale irgendwann, ähm, aber leih ihn lieber aus, wirklich. Vielleicht fühlen es manche, vielleicht fühlen es manche nicht, aber ich sag wirklich, wenn du Nübel holst, grundsätzlich okay, auf jeden Fall mal keinen Downgrade oder sowas, dann muss man das auch nicht von Beginn an haten oder sowas, aber nur als Laie. Wenn man da liest irgendwie von 8 Millionen, die sie da wollen, 8, 9 Millionen, dann, nein, ich meine, die haben wir sowieso nicht, glaube ich, gerade, können wir eh nicht auf den Tisch legen, deswegen wollen wir auch nur eine Laie anstreben, äh, aber, also, Nübel ist echt so ein Thema, okay, von mir aus holen als Laie, keine schlechte Idee, aber den zu kaufen, tut's bitte einfach nicht, ähm, und es sieht für mich auch nicht so aus, weil wir konkurrieren auch noch mit anderen, äh, mit einem anderen Klub aus England, boah, ich meine, ich hätte ja was von Leeds gehört, also der Absteiger in die 2. Liga, ich weiß, ich bin mal gerade nicht so, ob das stimmt, aber auf jeden Fall einer aus England, Deutschland, der die anfangs 15 Millionen geforderten, also hat der Kicker berichtet, 15 Millionen wurden gefordert von Bayern für Nübel und die haben sie wohl auf 8 bis 10 Millionen runter reduziert, die dann auch, ähm, ja, eben der englische Klub zahlen würde und damit sehe ich uns eigentlich auch als raus aus dem Deal, weil das zahlen wir nicht, können wir, glaube ich, gerade nicht zahlen, selbst wenn wir die Abgänge hätten mit Mavropanos, will ich nicht, dass wir das für Nübel zahlen, da gehe ich ganz simpel gesagt, lieber mit Bredlow und Simon rein, als einem Nübel 8 Millionen zu zahlen, also eine Ablösesumme für Nübel zu bezahlen, ähm, Bild auch nochmal geschrieben hier, zur Vollständigkeit, ähm, sollte Nübel zu uns kommen, dann würden sie wohl den Bredlow-Vertrag nicht verlängern, der bis zur 24 läuft, alles so ganz viel Wenn-Geschichten, und irgendwie die Ein-, die Bilder sind wirklich die einzigen, die das hochheben, ne, es sind die einzigen, es sind wirklich die einzigen, Kicker sagt, naja, eher schwierig, nee, andere berichten gar nicht drüber, das ist irgendwie nur die, nur die Bild, die das hochpusht, ähnlich wie bei Sommer, deswegen sehe ich, dass bei beiden nicht eintreten, dass da irgendwer zum VfB kommt. Dann kommen wir zur Kategorie Here we go confirmed, also mit Fix-Transfers, die schon durch sind, auf einmal habe ich so ein bisschen fast gewartet heute Abend, dass ich den noch mit reinnehmen kann, oder über den Tag heute gewartet, dass ich ihn heute Abend mit reinnehmen kann, so rum, aber Nummer 1, Florian Müller, ist gewechselt, hat sich lange angebahnt, wir kriegen wohl etwa 2 Millionen für ihn, ähm, das passt, ähm, Aldun ist auch schon angesprochen, geht zu Aris Tessaloniki, war ja ablösefrei, geht also nach Griechenland für ihn, ähm, Makliza haben wir ja Rückkaufoption gezogen und wird direkt weiterverliehen nach Darmstadt, um da auch so ein bisschen zu gucken, ähm, aus VfB-Sicht, ob der Mann Bundesliga, ähm, Qualität hat, und dann eben im nächsten Sommer zu sagen, ey, Kollege, jetzt hast du richtig Aussicht hier auf, auf Kader zumindest mal, ist auch glaube ich, soweit ich weiß, keine Kaufoption, nix, äh, nix mit drin, ähm, Kohl ist zurück nach Australien, das hat auch einfach nicht so funktioniert, wobei ich glaube ich auch in denen jetzt nie die Riesenerwartung, glaube ich, drin war, also immer so dieses Thema von Riesentalenten, sowas, aber wenn, ne, aus Australien und sowas, immer schwer zu sagen, dass würde es wirklich funktionieren, ne, also ich glaube, der kam auch für die zweite Mannschaft, kam damals ablösefrei, jetzt kriegst du irgendwie zwei, dreihunderttausend scheinbar, von dem her auch das passt, kein bunziger Niveau, äh, aber jetzt auch kein, kein Transfer-Fail oder sowas, ähm, was ein Transfer-Plus ist und was auch richtig stark verhandelt ist, mal wieder, und das noch von Sven Mislint hat damals, ihr wisst ja, dass ich eh ein großer Fan bin und das weiter entscheidet, von dass er gegangen ist oder gehen musste, wie auch immer, auch persönlich, äh, auf einer, auf einer sympathischen Ebene, plus eben auch einfach, was er gemacht hat, auch er hatte Flops mit drin, das ist einfach normal, aber er hatte auch sehr viele Volltreffer mit drin und eben auch einfach eine gewisse, eine gewisse Art von Cleverness und das zeigt das, was jetzt auch nochmal neu rauskam, Tomasch ist ja nach Wolfsburg gegangen, das irgendwie mit bis zu, also mit Klauseln, mit bis zu 10,5 Millionen, 10 Millionen Euro oder sowas, der Transfer und scheinbar, laut der Bild, hat Sven Mislint hat eine Klausel eingebaut, die uns circa 10 bis 15 Prozent der Ablösesumme sichert, ähm, wenn Tomasch bei uns seinen Marktwert steigert, heißt in unserem Fall etwa eine Million, im besten Fall anderthalb Millionen, was ja für uns im, im Fußball, im Fußball, äh, Vergleich natürlich keine Riesensumme ist, aber für uns natürlich trotzdem gut Geld ist und ey, wenn man es mal andersrum liest, der Mann hat eine Klausel eingebaut, dass wir an Thiago Tomasch mitverdienen, auch gut mitverdienen, wir sagen eine Million zum Beispiel, gut mitverdienen, obwohl er uns nie gehört hat, das ist ein Leihspieler, wir verdienen an dem Transfer von Sporting zu Wolfsburg mit, ohne dass er uns jemals gehört hat, nur weil Missler damals eine Klausel in die Leih mit eingebaut hat, das ist einfach ganz, ganz großes Kino, muss ich einfach sagen, äh, die hat ja nochmal einen anderen Tweet geschrieben, ach, du würdest mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren noch eine Million rausspringt, weil Millionen Champions League Halbfinal steht, das ist ja genau sowas, ne, genau so raffiniertes, äh, raffinierte Klausel und sowas einzubauen, einfach bockstark, ähm, den habe ich mit reingenommen, das ist erstmal keine Nummer für uns oder irgendwas Interessantes für uns, Raleigh St. John, erstmal geiler Name, äh, scheinbar zu U19 gegangen vom VfB, habe ich irgendwo auf Twitter mitbekommen, von Sydney kommt der, zu U19 zum, äh, zum VfB und eben hier schön auf Englisch geschrieben, secured a move to German Giants VfB Stuttgart, das wollte ich mit reinnehmen, dass wir einfach als, ne, als Giganten irgendwie dargestellt werden, German Giants, einfach schön zu lesen, das geht runter wie Wasser, ich nehme jetzt auch sogar noch einen Frauentransfer mit rein, ähm, weil es wirklich echt ein krasses Ding ist, also ich bin überhaupt nicht drin, in irgendwie Frauenfußball oder Bundessieger und sowas, aber wir haben die gute Jana Beuschlein geholt, 27 Jahre alt, und die hat ein, die haben wir einfach aus der Bundesliga geholt, die wechselt jetzt von der Bundesliga, Frauenbundessieger in die Oberliga, also ganz vorgewöhnlicher Transfer, sehr krasses Ding und eben auch, weil die scheinbar VfB-Fan ist, hier wird ein Zitat gefunden, mein Opa war riesiger VfB-Fan, auch meine beiden Geschwister sind große VfB-Anhänger, früher bin ich mit meinen Geschwistern, selbst in der Kanche der Kurve gestanden und daher freue ich mich jetzt umso mehr hier zu sein, sehr, sehr geile Nummer und fand ich absolut erwähnenswert, das mit reinzunehmen und dann natürlich fixer Transfer, Nummer 1 ist Yeong, Wu Yeong, Yeong, ja, ne, genau, 23 Jahre alt, ähm, wechselt zum VfB Stuttgart, Ablöse wohl bei irgendwie, da, da streiten sich, äh, die verschiedenen Quellen, sag ich mal, aber irgendwo bei rund zweieinhalb Millionen, Scheinbar kommt nochmal Geld obendrauf in Zusammenhang mit seiner, oder könnte noch Geld obendrauf kommen, im Zusammenhang mit seiner, ähm, Militärspflicht, also quasi, wenn er die machen muss, dann bleibt es so und wenn er sie nicht machen muss, also noch mehr spielen kann dadurch, müssen wir glaube ich nochmal eine Million mehr zahlen, das schreiben zumindest manche, nicht jeder schreibt das, aber manche schreiben das, ähm, ähm, mit dem Asia Cup und so Geschichten, so ein Randthema bei, bei Yeong, auch ein Randthema und auch sehr wild, was irgendwie auch zeigt, ne, Fußball ist auch wirklich einfach viel Vermarktung, scheinbar, auch nur eine kleine Quelle, muss, muss, muss nichts angewiesen sein, aber scheinbar war, war, war Neapel auch an ihm interessiert, Neapel, italienischer Meister, weil sie eben ja einen Koreaner verloren haben, ich sag mal, marketingmäßig mit, äh, mit Kim zu den Bayern, und dann wollten sie sich eben wieder einen holen mit Yeong, aber das ist natürlich nicht passiert, ist zu uns gekommen, der Kollege, ähm, auch hier Tweet gefunden, immerhin weiß er, wie man im Neckarstadion Tore schießt, ähm, bei dem wilden 3 zu 2, was wir da verloren haben, wo hier Mafropanus und Al-Ghadoui kurz vor der Halbzeit noch auf 2-3 gestellt haben, war er Doppeltorschütze, dritte und neunte Minute, war Yeong, äh, gegen uns, bei uns, ähm, ähm, quasi, und jetzt hat sich gezogen, der Transfer ist jetzt endlich durch, irgendwo wahrscheinlich auch ein Wunschtransfer von Sebastian Hoeneß, der kennt ihn noch aus seiner Zeit bei Bayern München, hier U19, nur 21, kennt er den noch, ähm, Yeong freut sich auch auf den VfB, auch so schöne, schöne Aussagen einfach, mit denen er einen einfach abholt, kann auch nur noch 15 geschwätzt sein, ich weiß, aber mit denen er einfach abholt, nach dem Motto hier, ich weiß noch, wie ich beim VfB, wie ich hier auswärts gespielt habe, auch wegen der Stimmung und sowas, freue ich mich hierher zu kommen, und bei Yeong, ich habe einfach irgendwie ein gutes Gefühl, habe ein gutes Gefühl, muss ja vorne eh, so ein bisschen die Positionen von Tomasch und, ähm, äh, Koulibaly, äh, ersetzen, das jetzt mit, mit Yeong einmal schon getan, und ich habe da Bock drauf, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei Yeong, hoffentlich, äh, bestätigt sich das auch, ähm, und Nummer zwei natürlich, Leveling, das ist so das frischste, von heute Mittag, ähm, Laie mit Kaufoption, und scheinbar waren wir ja auch schon mal dran, unter Mislintat, ähm, letzte Saison scheinbar dann, ähm, und da hat es nicht geklappt, weil Leveling ist ja definitiv auch ein interessanter Spieler, also 100%, der war bei Fürth so ein bisschen Shootings da, sag ich mal, U21 Nationalspieler, auch nur 22 Jahre jung, ähm, dann eben zu Union, für so etwa 4 Millionen zu Union, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, doof gesagt, was hat man da erwartet, oder was hat er bei Union erwartet, so dieser, so ein schneller, spritziger Flügelspieler, der auch Bock auf Offensivfußball hat, das passt zu diesem, ich sag mal übertrieben gesagt, zu diesem Terrorfußball von Union halt nicht unbedingt, also deswegen habe ich auch bei ihm Hoffnung, auch bei ihm wirklich Hoffnung da, ähm, dass er eben einfach zu uns viel, viel besser passt, als zu Union Berlin, ähm, der Kollege kam heute Mittag, wurde auch schon angekündigt, viele Transfers sind so ein bisschen klar, schon irgendwie am Abend davor oder sowas, auch hier wurde von Sky und von Konsorten, das geschrieben worden am Abend davor, und ja, allein mit Kaufoptionen ist einfach entspannt, also wirklich komplett entspannt, kannst gucken, ob er funktioniert, wenn er funktioniert, kannst du überlegen, ob du die Kaufoption ziehst, die wohl bei irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen liegt, also Union will zumindest keine Miese machen bei ihm, wie gesagt, 4 Millionen hat er gekostet, ähm, scheinbar hier auch laut Transfermarkt.de 200.000, Teilgebühr, äh, für Lieberding, aber ist auch, ne, auch okay, und, äh, wie gesagt, 4 bis 5 Millionen scheinbar, Bild schreibt roundabout 5 Millionen, wäre die Kaufoption, und ey, wenn der einschlägt, wenn da funktioniert, ist das Geld, das du in die Hand nehmen könntest, nächsten Sommer, Lieberding, auch ein Transfer, wo ich vom ersten Bauchgefühl her sage, ey, starkes Ding, warum nicht, machen wir, gute Idee, auch da war scheinbar wieder, ähm, war ein Wurgemut, und eben auch Hoeneß wieder sehr wichtig drin, äh, den, den hier ranzuholen, ordentliches Ding die Laie, und damit haben wir auch erstmal, äh, offizielle Transfers, und here we go confirmed, abgearbeitet. Weiter geht's mit dem DFB-Pokalverkauf, der heute früh war, angesetzt wurde das Spiel natürlich auch, ähm, am Samstag, den 12. August um 13 Uhr spielen wir gegen die TSG Balingen in Reutlingen, so sieht das Ganze aus, ähm, heute Morgen, wie gesagt, war der Vorverkauf, ist auch schon ausverkauft natürlich, ging schnell das Thema, ähm, und da einfach so ein bisschen, weil es eh schon vorbei ist, aber so ein bisschen, ja, auch da mal wieder so ein bisschen Kritik äußern, ne, am VfB, sag ich mal, also am VfB im großen World Wide Web, weil das war, das war eine Farce, das ist wieder vorgewillt gewesen heute Morgen, ähm, hab natürlich auch versucht, an Karten zu kommen, kann schon sagen, jo, hat funktioniert zum Glück, ich war ein oder wenigen Glücklichen, der an Karten kam dann, weil der Block ist ja so oder so nicht groß, ne, wir haben ja hier, glaube ich, Block 3 bekommen, äh, wenn man sich den Blockplan von, von dem Stadion an der Kreuzeiche von Reutlingen anschaut, Block 3 bekommen, natürlich kompletter Stehbereich Block, Stadion hat ja auch generell 15.000, äh, Plätze und nur 5.000 davon sind Sitzplätze, und da war, ja, dieser, dieser Block 3 sind vielleicht irgendwie 1.200 oder sowas, 1.200, 1.500, wenn es hochkommt, Stehplätze, ähm, und da dann eben Glück gehabt, ähm, der Ablauf war da so ein bisschen, ja, ab 10 Uhr stand dran, wird der Link reingepostet, hat bei manchen funktioniert, bei manchen nicht, manche mussten in eine Warteschlange, manche nicht, ich war, ich musste in keine, weil ich ab 9.30 Uhr schon drin war, dann wurde ich irgendwie in keine, keine weitergeleitet, auch, wenn ich so die Seite nochmal neu geladen habe, wurde einfach nicht in eine weitere, in eine Warteschlange reingeleitet, war mir auch recht, aber dann am Ende auch nichts gebracht, weil, um 10.01 Uhr war nichts, es war einfach nichts, ab 10.01 Uhr kam der Link, draufgeklickt, für diese Veranstaltung stehen aktuell keine Tickets zur Verfügung, da war einfach nichts, hat er viel auf Twitter geschrieben, Twitter auch gepostet, überlegt, hatte ja eine geschrieben, ich hab, hab mal angerufen, also wahrscheinlich wohl Baling angerufen, ähm, die wissen, die wissen nicht, was hier los ist, ähm, sind in Kontakt mit dem VfB, Kartenverkauf ist dann wohl, ist dann wohl wann anders, und dann, ewig auf der Seite geblieben, und irgendwann dann eben, wirklich einfach Glückstreffer, immer wieder refreshed, 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 Seite neu geladen, und um 10.40 Uhr, außen nichts, 10.40 Uhr auf einmal, waren die Karten da, reingeklickt, äh, meine Karten geholt, raus, fertig, und dann, glaub ich, um 10.44 Uhr waren die Karten ausverkauft, äh, dass er wieder komplett will, sag's da an, jo, um 10 Uhr geht da rein, passiert nix, kommt außen nichts, um 10.40 Uhr, was sie auch gesagt haben, Mitglieder, und maximal zwei Karten, also ich wurde nicht irgendwie darauf überprüft, dass ich Mitglied bin, ich hätte auch nicht eingeloggt sein müssen, glaub ich, um in diese Warteschlange, um eben dann auch auf den Link zu kommen, also Mitglied war glaub ich auch hinfällig bei dem Verkauf, plus, ich meine, ich hab nur zwei geholt, für mich und Kollegen, äh, aber ich hätte, weil ich ja noch auf der Seite war, ich hätte auch noch weiter Tickets, mir, mir kaufen können, außer es war ein Anzeigefehler, aber auch das mit maximal zwei Tickets, war wohl dann auch falsch, schon nicht umgesetzt, wie auch immer, vorgewilder, ähm, verkauft, der damit, der damit abgeklungen wurde, dass der VfB dann um 10.44 Uhr, übers Serviceteam auf Twitter geschrieben hat, äh, leider wurde das Getskorn nicht rechtzeitig freigeschalten, die Tickets sind nun verfügbar, und wie gesagt, 10.40 Uhr, bin ich rein, Tickets geholt, und 10.44 Uhr war ausverkauft, das heißt, die haben das quasi dann geschrieben, als ausverkauft war, äh, ganz, ganz vorgewilder Aktion, aber, ich habe Karten glücklicherweise bekommen, für, äh, so gesehen Reutlingen auswärts, sondern natürlich eigentlich Balingen auswärts, für mich auch das erste Mal in einer, in einer ersten Runde im Pokal dabei, auch sehr geil, meine letzten waren ja immer irgendwo am Arsch der Welt, ähm, hier Rostock und so, und Dresden überall, ne, und jetzt halt mit Reutlingen schon sehr geil nah dran, auch natürlich ganz klar, wir kennen die Stadion-Flog-Thematik, wie ich es ja auch bei uns in den Heimspielen, ähm, mit, mit Kurve und sowas ja schon angesprochen habe, und logischerweise, ich bin ja dann im Stehbereich, das ist ein kompletter Stehblock, der Ausflug, werde ich natürlich auch dort in Balingen, oder in Reutlingen dann, gegen Balingen, ähm, keinen, ich sag mal, normalen Videoflog machen, also auch da, vielleicht nehme ich ein bisschen Audio auf, ein bisschen Fangesänge auf, aber auch da, wir ja auch jetzt in den Heimspielen, wie gesagt, habe ich in einem anderen Video schon angesprochen, wird es nicht mehr diese normalen Stadion-Videoflogs geben, eben, wegen, ne, Fanszene, dies, das, und im Stehbereich sowieso noch mehr, wie gesagt, Stehbereich, ich habe ja auch immer gesagt, da verstehe ich es, deswegen erwartet keinen normalen Stadion-Vlog, nur weil ich da dabei bin, einfach, irgendeine Form wird es geben, vielleicht ein bisschen Audio, ähm, ja, Vor- und Nachbesprechung zum Spiel, aber erwartet jetzt keinen Vlog aus dem Stehbereich, sollte aber, glaube ich, auch, äh, logisch sein. Wir machen weiter mit Gemischtes, einfach Sachen, die ich nicht wirklich in Kategorien packen konnte, oder sowas, Nummer eins ist das Thema Leon Dajaku, oder auch so ein bisschen generell das Thema, eben dann dadurch mit diesem, äh, Jugendspieler-Hype, sag ich mal, nach dem Motto, wie kann man, oder oft, oftmals kommt es ja immer, ah, wie kann man den abgeben, guck mal, wo der gerade spielt, einfach hier auch mal ein anderes Beispiel von, ich mache den Schritt zu früh, weil Leon Dajaku, ähm, einfach jetzt auch erst 22 Jahre alt, war es beim VfB, dann zu Bayern, dann zu Union, dann zu Sunderland, dann zu St. Gallen, und jetzt ist er bei Haiduk, also ganz, ganz mit der Karriere, der man hingelegt hat da bisher, ähm, das noch zur Vollständigkeit von der Kicker-Rangliste, weil das hatte ich ja auch immer mit reingenommen, das kam noch hinterher, nach der letzten VfB-News-Episode, ähm, beim VfB ist noch einer dabei, nämlich Sturm, Seru-Gerasi, nationale Klasse, Platz 5, so muss das sein, Drehungsauftakt hatten wir natürlich auch am 5., nee, am 6., 7. war das, oder? Der Artikel ist, glaube ich, am 5.7., ähm, eben da auch natürlich Neuzugänge dabei, Mittelstädt, Milosevic dabei gewesen, die ganzen Leihrückkehr, Massimo, Mola, Sanko, Fahir, so ein paar fast schon vergessene Gesichter wieder zurückgekommen, ähm, natürlich die Nationalspieler haben gefehlt, Mafopanos, Sosa, Gerasi, Wagnumann, Ito, Endo, und tatsächlich auch, äh, Kohl und Momosise, die mit ihren Jugendnationalmannschaften unterwegs waren, und Castanaras war, glaube ich, im Interview ja hier beim Trainingsauftakt beim VfB auf YouTube am Start, aber der ist ja auch noch nicht ganz wieder, ähm, ja, zurück von seiner Verletzung, Mittelfußbruch, ähm, 750 Fans waren da vor Ort, ähm, und natürlich auch ein paar Jugendspieler, Nachwuchsspieler mit Paul Raula, Mathis Hoppe und Alex Acevedo wurden, ähm, mit reingenommen ins Training, ähm, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall, jetzt weitere Themen zur Vorbereitung, nämlich es gibt ein Vorbereitungsturnier mit dem VfB Gladbach und 1860 München, nämlich am Samstag, 29. Juli, im Sportpark Heimstetten, also bei München, ähm, in so einem kurzen Turnier, wird es sogar auch, auf, äh, bei Sky Sport News übertragen, dann, ähm, ja, jeweils 60 Minuten Spielzeit, einmal gegen Gladbach, einmal gegen 1860 München, mal gucken, was das so wird, dann gibt es sogar auch Eintrittskarten, äh, ich weiß gar nicht, ob die schon weg sind, aber es gibt eine Möglichkeit, dass ich das auch dann vor Ort in Heimstetten anzugucken und weil das auch immer wieder Leute fragen, äh, nehme ich es aber auch hier mit rein, weil die ersten, ähm, Geschichten jetzt auch natürlich draußen sind, die ersten, ähm, Verkaufstermine, wir haben Stuttgart gegen Bochum, da beginnt der Mitgliederverkauf ab Mittwoch, 26. Juli, 10 Uhr, wieder immer maximal zwei Tickets pro Mitglied, ähm, freier Verkauf gibt es ab Mittwoch, 2. August dann, also gegebenenfalls, es gibt noch einen, bisher steht es drin, manchmal schreiben sie ja schon hin, dass es keinen geben wird, aber bisher steht es noch dran, ähm, Stuttgart gegen Freiburg ist dann am Mittwoch, 9. August um 10 Uhr der Mitgliederverkauf, auch da wieder maximal zwei pro Mitglied und freier Verkauf wäre ab Mittwoch, den 16. August, natürlich auch auswärts, ähm, haben wir das erste, erstmal noch, äh, Sheffield, weil wir ein Testspiel gegen Sheffield United bei Sheffield United in England am 5.8. um 12.45 Uhr, da gibt es auch Tickets zu erwerben, da haben sie einen Link reingemacht zum Onlineshop von Sheffield United, wer da Bock drauf hat, wer da hinreißen will oder vielleicht da eh schon irgendwie mit Urlaub ist, wer weiß, ähm, Baling natürlich, aber es ist auch schon ausverkauft, ganz klar, ähm, und Leipzig, Stuttgart haben wir Mitgliederverkauf am Dienstag, den 1. August um 10 Uhr, freier Verkauf wäre ab Donnerstag, den 3. August um 10 Uhr, steht gar keine Begrenzung dran dahinter, ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben oder ob es gar keine gibt, wer weiß, normalerweise auch da maximal 2 pro Mitglied oder pro Account und, äh, Mainz gegen Stuttgart, da gibt es Mitgliederverkauf ab Dienstag, den 15. August um 10 Uhr und da zum Beispiel steht auch gar kein freier Verkauf drin, weil sie wahrscheinlich da vermuten, dass die Mitglieder, weil Mainz ja auch nahe dran ist, eh schon alles ausverkaufen werden, sodass es gar nicht mehr in freien Verkauf gehen kann, ähm, Dauerkarten ist das nächste Thema, hat man jetzt auch dann den Verkauf, äh, für die Mitglieder, ähm, und da schon am Abend davor und auch in der Meldung dann in der, ähm, Warteschlange vor dem Verkauf stand schon dran, über 26.000 Dauerkarten wurden verlängert, ähm, bitte beachte daher, dass in der Kanschelkurve leider keine Plätze mehr verfügbar sind, ähm, das heißt, da war auch schon klar, da geht nichts mehr, ähm, Verkauf habt ihr auch so ein bisschen verfolgt, hab auch, glaube ich, ein Screenshot hochgeladen in der Insta-Story, ähm, geht sehr, sehr gut nach vorne, der Verkauf, ähm, hat der VfB jetzt auch nochmal gepostet, ihr habt euch 30.000 VfB-Dauerkarten gesichert, Punkt im Verkauf, der Verkauf läuft auch noch, äh, wer da Bock hat zu gucken, wie gesagt, Kurve ist, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, ist komplett weg, neben der Kurve ist auch quasi alles weg, ich hab jetzt gerade nicht den aktuellsten Stand im Kopf, aber ist auch alles weg, äh, im Normalfall, natürlich unter Türkei-Kurve gibt es noch ein bisschen, gibt es noch ein bisschen Plätze und Haupttribüne, Gegentribüne, andere Bereiche natürlich auch, also möglich ist es noch, natürlich vielleicht für den anderen anderen einfach nicht, ähm, erstrebenswert in den Bereichen, die noch übrig sind, was ja auch vollkommen okay ist, ähm, aber den Verkauf haben sie nicht gestoppt, ähm, das höchste der Gefühle waren ja, glaube ich, mal 33.000 Dauerkarten, das war 2018, 2019 der Saison, ich denke, das wird auch hier das Maximale sein, ähm, Stadion soll ja wohl wieder voll sein können, oder quasi voll sein können gegen Bochum dann am ersten Spieltag mit so 56, 57.000 Zuschauern, wurde ich auch öfter mal gefragt in Instagram, äh, DMs, ähm, gerade mit der Angst von wegen kriegen Mitglied überhaupt noch Karten, ja, natürlich, also Nummer 1, sind 30.000 Dauerkarten aktuell, das heißt, du hast nochmal 25.000 weitere Karten, so oder so, die keine Dauerkarten sind, ne, plus, nur weil jemand eine Dauerkarte hat, nimmt das ja nicht immer wahr, also ich glaube, ist ja auch nichts Neues, letztes Jahr hatten wir auch genau diese 30.000 Dauerkarten, ich glaube, da kam auch jeder so an die Karten, wie er es wollte, oder zumindest hatte nicht so viel Angst, wie wir es vielleicht jetzt haben, weil eben die großen Worte da sind, Dauerkartenrekord, Mitgliederboom, in den Tageses ist es aktuell derselbe, wie letztes Jahr, wir hatten damals auch 30.000 Dauerkarten, auch da, ich glaube, in den Mitgliederverkäufen immer wieder auch einzelne Stehplätze, es gab Kurvenplätze immer wieder, weil ja auch Karten für Einzelspiele freigeben werden von Dauerkarteninhabern und sowas, was natürlich krasser ist, ist glaube ich jetzt die Kurve, wie schnell die ausverkauft war, da hatte ich glaube ich auch letztes Jahr mein Glück eben, letzte Saison, dass ich da in der Wechselphase an Karten kam, weil eben damals ein bisschen länger Zeitraum her war, dass es Dauerkarten gab, die gültig waren, ne, 1920, weil jetzt ein Dauerkarten, dann nachher eine Saison gar nichts und dann eine Saison mit so ein bisschen, ja, Dauerkärtle und so, so, so quasi so Ticketpaketen und sowas, aber eben keine gültigen Dauerkarten, das heißt, da haben vielleicht manche einfach gesagt oder vergessen zu verlängern oder das Thema irgendwie dann, ja, vernachlässigt zu verlängern und dann wurde ein bisschen was frei, diesmal war das echt nicht der Fall, diesmal wirklich von Beginn an, von der Wechselphase her schon, von der Verlängerungsphase her schon, konnte man auch schon nach Zusatzplätzen gucken, war die Kurve schon direkt weg, also das ist bestimmt schwerer geworden, in die Kurve zu kommen, aber sonst, Jungs, macht euch keinen Stress, auch Mitgliederverkäufe, da kommt da eh dran, aber jetzt zum Beispiel Leverkusen letzte Saison bei 47.000 Zuschauern in etwa gab es gegen Leverkusen noch einen freien Verkauf, also an Karten zu kommen, ist weiterhin kein Thema, vielleicht sind jetzt ein paar Bereiche schwerer geworden, da an Karten zu kommen, aber es ist noch genug, genug zu holen, da muss sich, glaube ich, keiner irgendwie Angst haben oder Angst machen irgendwie, es ist kein großer Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren, das will ich damit so ein bisschen als Fazit zusammenfassen, hat auch einer geschrieben, ist mir gar nicht so direkt eingeleuchtet, aber macht natürlich Sinn und stimmt natürlich so auch, jetzt hat der VfL mit 30.000 Dauerkarten mehr Dauerkarten verkauft, als bei allen anderen Vereinen in Baden-Württemberg überhaupt Fans ins Stadion passen, ich glaube Freiburg hat weniger als 30.000, hoffen wir auf jeden Fall auch, Karlsruhe auch, wir haben einfach mehr Dauerkarten verkauft, als andere Vereine, die sie manchmal auch als größer sehen, als sie vielleicht sind, in Baden-Württemberg, überhaupt Kapazitäten in ihrem Stadion haben, das ist schon einfach komplett krass und jetzt wissen auch zumindest viele Fans, die ihre Dauerkarten haben, die irgendwo hinfahren wollen, wir wissen jetzt für die ersten acht Spieltage Bescheid, wie es aussieht, erster Spieltag gegen Bochum, 19.08. ein Samstag 15.30, zweiter Spieltag, mal wieder Leipzig und irgendwie auch mal wieder Freitagabend, 25.08. 20.30 und dann dritter Spieltag auch mal wieder Freiburg zu Hause und dann eben auch mal wieder Samstag, 2.09. 15.30, dann gegen Mainz auswärts auch ein Samstagtermin 15.30 am 16.09, dann haben wir Freitagabendspiel zu Hause gegen Darmstadt, 22.09. 20.30, dann auswärts Köln, wieder Samstagmittag 15.30, 30.09 in dem Fall, Wolfsburg haben wir 7.10 auch zu Hause, 15.30 Samstagtermin und auswärts noch 8. Spieltag, da ein bisschen verwirrend, weil ich schreibe immer nur Berlin hin, ich hatte irgendwie noch die Hertha im Kopf, für mich ist irgendwie Berlin immer noch mehr Hertha als Union, hätten sie einfach Union hinschreiben können natürlich, weil Hertha ist ja in der zweiten Liga, also auswärts Union, Berlin am 8. Spieltag, auch ein Samstagstermin, 15.30, 21.10, also ihr könnt uns überhaupt nicht beschweren, also wirklich überhaupt nicht, wir haben jetzt hier wirklich in den 8 Terminen haben wir 6 Mal Samstag und 2 Mal Freitag und kein Mal Sonntag, also bei der, bei den Terminierungen kann sich glaube ich grundsätzlich keiner beschweren und zum Schluss von der Kategorie von Gemischten, sag ich mal, die Zukunft der Berater beim VfB Stuttgart offen, da gab es wohl ein größeres Interview von Werle und da, ja genau, Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche Zeitung war das, auf die habe ich gesucht, um auf die hinweisen zu können, dass sie da eben überlegen, weil sie generell ja umstrukturieren wollen und Kateranalyse gemacht haben, Saisonanalyse gemacht haben und dann hat er gesagt, es sei gut möglich, dass wir das aktuelle Modell dann wieder verändern, weil wir suchen ja auch einen Sportvorstand, wenn er da ist, spricht man mit dem, wenn der Sportvorstand irgendwann da ist und dann könnte es vielleicht sogar sein, dass uns das Modell so ein bisschen überlegt, Sami ist operativer tätig, er ist häufiger, hier nimmt dann Sitzungen teil, führt Gespräche, sagt Werte zu Khedira und Philipp, also Lahm, macht eher eine Art Consulting und analysiert mit seinen Leuten meistens aus München, sind ja auch beide, die so ein bisschen verrufen sind mittlerweile, der Khedira, immer nur bei der Zone und der Lahm ist ja eh nie da, muss man auch irgendwo sagen, nicht ganz falsch, also präsent sind sie für uns Fans zumindest nicht und es kommt halt auch nie wirklich an die Öffentlichkeit, was die denn jetzt da genau tun, ne, der ist hier vielleicht ein bisschen in die Richtung gegangen, wobei es auch klar ist, was beide tun, also spezifisch wurde auch da wieder nicht, aber auf jeden Fall interessant, dass ey, wenn vielleicht irgendwer kommt, neuer Sportvorstand kommt, vielleicht auch das Modell, ich sag mal überlegt wird, ich glaube nicht, dass er sagt, Kurt, Sportvorstand ist da, danke für eure Zeit, wir kündigen eure Verträge, aber zumindest, dass auch da vielleicht ein bisschen Anregung da ist, auch aus dem Verein nochmal zu überlegen, was wir da, oder was sie sich da gedacht haben, dabei sich da Berater ranzuholen. Dann werfe ich hier noch kurz das Testspiel rein, was wir hatten, nämlich den Test gegen die Hohenlohe-Auswahl am 9. Juli, nichts Spektakuläres, 3-0 gewonnen, nichts zu überbewerten oder sowas, aber eben ein paar Geschichten, auch ein paar Twitter-Meinungen zu dem Spiel, war ja, vor über 4000 Zuschauern, also echt stark, gegen eine Hohenlohe-Auswahl, die wurde irgendwie vor allem aus so 5. und 6. Ligisten irgendwie zusammengestellt, wurde, gestartet haben wir mit Bredlo, Mio, Stila, Stenzel, Karasso, Haraguchi, Milosevic, Pfeiffer, Zagadou, Führig und Acevedo, da kam dann Mathis Hoppe in der 34. schon für und dann zweite Halbzeit Anton, Mittelstädt, Perea, Eklow, Natai, Beas, Dias, Massimo, Mola, Simon und Sanko auch noch zu ihren Einsätzen dann gekommen, Tore auch gemacht durch Mohamed Sanko, erst spät das 3-0 gemacht, ich glaube, wir hatten ja sowas auch schon letztes Jahr, da war es glaube ich höher, irgendwie noch irgendwie 7-0 oder sowas in Erinnerung oder auch irgendwie so ein 10-1 oder sowas, also 3-1 ist schon, wie gesagt, Testspiel und auch irgendwo egal, aber 3-0 hättest du schon durchaus auch ein bisschen höher gestalten können gegen so einen Gegner, natürlich trotzdem auch in schweren Bedingungen, muss man auch sagen, auch so ein Spielball geführt, 35 Grad, Sanko, 77. und 84. und auch Chil Dias in der 81. machen die drei Hütten dann kurz vor Schluss, dass man da wieder sagen muss, viele haben es auch geschrieben auf Twitter, kann ich auch so mitgehen, habe auch den Stream geschaut beim VfB, also Stream-Qualität hängt halt irgendwie echt noch irgendwo im Jahr 2013 fest oder so, also das geht halt einfach besser, ganz simpel, es geht besser, ist schön, dass wir einen Stream angeboten haben auf YouTube, dass man das Spiel sich angucken kann, aber Qualität und wirklich also pixelig und ruckelig und bah, also es geht halt einfach wirklich, wirklich besser, hier wieder der Keeper von der HONO-Auswahl natürlich auch sehr, sehr stark, aber es hätte durchaus da ein bisschen höher ausgehen können, aber der war stark, so der Klassiker, so random Twitter, spielt einfach das Spiel ihres Lebens gegen den VfB, Milosevic kam bei ein paar Leuten ganz, ganz gut weg, glaube ich, wenn ich es hier richtig noch im Kopf habe von dem Testspiel, wer natürlich sehr gut wegkam, weil er glaube ich auch generell sehr gut, auch bei mir einfach sehr sympathisch ist irgendwie oder auch sehr gut im Kopf ist, ist Mohamed Tanko, wirklich damals ja kurz vor dem Durchbruch gewesen oder eigentlich fast schon geschafft, dann auch die Einwechslung gegen Fürth bekommen, da quasi aufs Tor zugelaufen, eigentlich also auf Torabschluss zugelaufen und eben dann ja voll reingerasselt, diese ewig lange Verletzung, dann ausgeliehen worden nach Vitesse, was jetzt auch nicht wirklich besonders gut war irgendwie, jetzt macht er seine zwei Testspieltore, wie gesagt, ist eine HONO-Auswahl und darf nicht überbewertet werden, aber den bitte, bitte, bitte habe ich irgendwie ein persönliches Anliegen fast und viele auch, viele andere auch, verlei den bitte nicht nochmal. Ich meine, ja, du hast Gerasi vorne drin und sowas und es kann gut sein, dass er auch bei uns nicht viel Spielpraxis bekommt, aber ich würde ihn gerne sehen, also bitte gebt ihm eine Chance, vor allem Hönes schauen dir das ja genau an, ich hätte Bock, dass Sanko bei uns funktioniert, ich würde es ihm so gönnen, gerade diese Verletzung da, der war wirklich fast zweiter Stürmer hinter Kalajic, da noch gefühlt schon auf dem Weg, sich vor Al-Ghadoui zu schieben in der Saison und dann die Verletzung, also dem würde ich es so dermaßen gönnen und eben jetzt auch zwei Tore gemacht, einfach auch schön für ihn. Dennis Simon, muss man auch sagen, wie gesagt, HONO-Auswahl, aber der hat auch einen guten Aufstieg hingelegt, also wirklich einfach ein gutes Gefühl bei ihm, da war jetzt gar nichts Besonderes dabei und keine Weltklasseparade, nichts oder sowas, Präsenz, der Mann geht raus aus seinem 16, da traut sich was, der Mann spielt mit, einfach, wie alt ist, ist der immer noch 17, ja ne, 17, vielleicht von mir aus 18, dann glaube ich immer noch 17, da war schon ein Präsenzaufplatz in dem Alter und es stimmt einfach positiv für die Zukunft, natürlich ist nicht so weit zu gehen, zu sagen, stell den jetzt schon auf die Nummer 1, stell den jetzt schon gegen Bochum ins Tor oder gegen Baling oder whatever, aber auf jeden Fall nicht nur ich, der es gesehen hat, viele, viele andere auch, da kann man es glaube ich wirklich Hoffnung machen und einfach behalten, schauen, hoffentlich gute Entwicklung, hoffentlich keine Verletzungen, da könnte man echt einen sehr, 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 sehr starken Keeper in, keine Ahnung, ein, zwei Saisons da wirklich, wirklich auch dann mit Planung am Start haben und zur Testspielvollständigkeit natürlich auch noch jetzt am Samstag auch wieder Testspiel gegen Reutlingen, so dieses Fanfreundschafts-Zuell fast, glaube auch über 10.000 Karten schon weg, ich glaube ein paar gibt es sogar noch, wer da hin will, aber auch da aufpassen, ich glaube seit dem Tag, wo es irgendwie bis zu 37 Grad gibt, also auch das wird eine krasse Nummer, temperaturtechnisch. So, dann jetzt der Teil der Kaderanalyse, also so ein bisschen auch einfach Ausblick und Blick auf den VfB, auf den Kader und was muss da passieren und wie sieht es gerade aus mit Transfers und so, ein bisschen Vergleiche, jetzt nicht im riesigen Stil, aber ich gehe einfach so ein bisschen mal den Kader durch, da vorne auch hier kurz auch das Update von den Trikot-Nummern, Prieto D1 bekommen, Simon D41, Mittelstatt 7, Führig 27, Oldschool, hat er bei Paderborn getragen, Cissé 29, Béas 30, Massimo 32, Mola 35, Milosevic 19, Casanaras 22, Fahir 26, Sanko 44 und ich meine, Young hat sich glaube ich die 10 geschnappt, bei Lebeding bin ich jetzt gerade überfragt, da bin ich nicht nachgeschaut, ob das irgendwo veröffentlicht wurde, was er für eine Nummer hat, ist am Ende auch nicht so wichtig, aber gerade sowas wie Pregel Nummer 1 und sowas war natürlich für manche doch ein bisschen wichtiger, aber würde ich jetzt auch keine Rollen oder sowas von Nummern abhängig machen, bin mir jetzt den Kader durchgegangen, nach Transfermarkt.de, also jetzt, das ist nur wichtig, eben nach den Kategorisierungen, also vielleicht kann man manche aus dem Mittelfeld auch in Angriff ziehen oder manche aus dem Angriff eher ins Mittelfeld ziehen, aber eben die Kategorisierung von Transfermarkt.de, generell gilt hier für alle, Hoeneß darf sich super gerne alle anschauen, weil ich werde ein paar nachher sagen, wo ich sage, ganz klar, gebt die ab, aber da darf sich natürlich super gerne alle anschauen und allen auch eine Chance geben, aber es muss ganz klar ausgemistet werden, Kratten und Offensive, habe ja auch eine Story hochgeladen nach dem Young-Transfer, nach dem Motto, Jo ist geil, aber guck mal, was wir jetzt alles in der Offensive haben, das war so ein bisschen die Anregung auch zu sagen, ey, ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen durch mit quasi halten, verkaufen, leihen, so in die Richtung. Torwart, hier natürlich auch ganz klar, hier das Größte, wo ihr, glaube ich, auch in den Kommentaren mitschreiben könnt, was ihr so noch machen würdet auf dem Markt und was ihr auch mit dem Kader noch machen würdet. Bredlo ganz klar halten, so wird es ja auch gesagt, so wird es ja auch berichtet, dass sie den halten wollen, aber durchaus fände ich es nicht schlecht, ihm doch irgendwie in irgendeiner Form eine Form von Konkurrenz eben hinzustellen, so dass er nicht ganz, 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 ganz gerade Nummer 1 ist. Wer weiß, wie hoch ihn jetzt wirklich ein Simon challengen kann, aber ne, so vom Ding her, Simon direkt danach, ganz klar, wird gehalten und habe ja auch schon gesagt, ausbilden, dann wird er hoffentlich irgendwann der Stammkeeper und Schock ist dann so die Frage, weil wenn auch jemand kommt, dann ist es ja der vierte Keeper, geht der zurück in die U21 vielleicht, so, weil da ist ja auch einiges an Abgängen gewesen, ich glaube auch auf Torposition einiges an Abgängen gewesen, ich glaube die haben sich auch einen geholt in die U21 neuen Keeper, also was passiert mit Schock ist so ein bisschen die Frage, weil aktuell ist er Dritter, aber wenn sie noch einen Keeper holen, der mit Bredlo Nummer 1 kämpft, ist er ja die Keeper 4, dann ist die Frage, was mit dem passiert. Mafropanus, wie jetzt auch bei Sosa nachher und bei Ito nachher, ganz klar halten vom Ding her, halt den, aber wenn es denn so kommt, dass er wechselt oder dass er wechseln will, wie auch immer, dann halt auch wirklich für einen Preis, der angemessen ist. Das ist mir jetzt nach diesem Porsche-Ding und sowas sehr, sehr wichtig, weil auch vor ein paar Wochen noch wirklich sozusagen, ey, vielleicht ein bisschen runter mit den Erwartungen oder so, wir kriegen von Sosa keine 30 Millionen mehr jetzt mal überspitzt gesagt, aber mittlerweile, ey, auch wenn man sich andere Transfers anguckt, nee, wirklich, wir können eh nicht verhandeln, aber wir hoffen einfach mal, dass der VfB da auch sagt, Jungs, wie jetzt bei Mafopanus zum Beispiel, Preis steht 25 Millionen, finde ich vollkommen in Ordnung, dass er da auch sagen, Jungs, nichts gibt's, wir wollen schon unseren Preis haben, weil hier gerade bei Mafopanus ist der Vergleichswert da, der Deal ist jetzt scheinbar geplatzt, auch ganz frisch rein, scheinbar geplatzt der Deal, aber hier der Innenverteidiger Cody Bali von Dortmund, der damals vor dem 3-3 von Sidas am Ball vorbeigetreten ist, ich glaube, das war auch der einzige Bundesligereinsatz von ihm bisher, da war ja wirklich im Raum, dass der zu Burnley geht in die Premier League für ein Jahr ausgeliehen und dann haben die eine Kaupplicht von 17,5 Millionen, wie gesagt, der Deal ist scheinbar geplatzt, aber es stand im Raum, es stand im Raum für einen, weiß ich nicht, 18, 19-Jährigen, weiß ich gerade gar nicht, der eigentlich nur Regionalläger gespielt hat, klar Talent ist, aber halt Regionalläger gespielt hat, plus irgendwie ein paar minütliche Bundesliga, stand im Raum, dass die für den 17,5 Millionen bekommen nächstes Jahr und dann kannst du halt zu 100% hingehen und sagen, ey Mafopanus, ja, wechsel okay, aber unter 25 oder so geht da nichts, gerade so, so funktioniert es, ich weiß, ist naiv, aber rein vom Ding her würde ich mich echt als Burge mit hinsetzen und sagen, ja Jungs, 15 Millionen von Mafopanus wollte mich ja eigentlich verarschen, guck mal, was die anderen für sowas zahlen, wir haben ein anderes Kaliber da, so von dem Ding her, Eto, ganz klares Ding, halten, 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 bitte halten, noch ein bisschen Angst, dass da Angebote kommen, weil er ist, ich glaube schon ein beliebter Spieler, auch noch saujung und einfach Top-In-Verteidiger, finde ich, bin ja wirklich großer Fan von Eto, aber bisher gibt es ja noch keine Angebote, Anton auch ganz klar, halten, absolute Stammkraft geworden, wichtig, dann Axel Takadou auch halten, auch der wird gegen Ende immer stabiler, sonst wäre er vielleicht auch ein bisschen in Frage gekommen wieder, aber ich glaube, der hat auch gut gehalten und so und da haben wir die Geschichten von, was hier Handgeld und sowas war, weil er ist ja offiziell ablössifrei, aber irgendwie, glaube ich, in Summe ein 7-Millionen-Transfer, glaube ich, irgendwie 3,5 für ihn, 3,5 für den Berater, irgendwie sowas in die Richtung, von dem war schon recht teuer, aber der hat sich gegen Ende auch immer stabiler gemacht und wir brauchen Innenverteidiger, jetzt ja auch Maklitzer abgegeben, also ganz klar halten, Mola, ja, eigentlich auch ein klares Thema von abgeben, muss man so ehrlich sein, ein klares Thema von abgeben, der war, glaube ich, nie wirklich scheiße, als er bei uns gespielt hat, auch immer, ne, non-stop Verletzungsprobleme, wollte ja irgendwie auch aus Heimweh nach England, dann aber trotzdem auch da in der zweiten Englisch-Liga eine schwache Leihphase gehabt, ja, musst du abgeben, ist eben auch einer von vielen Kandidaten, wo du halt gucken musst, kriegst du überhaupt Abnehmer, also gerade eben immer für feste Verkäufe, ne, eine Leih kriegst du vielleicht immer irgendwie hin, aber ob du so jemanden quasi fest abgegeben bekommst, ist immer so die schwierige Frage, Borna, Sosa, auch da grundsätzlich halten, bei ihm halte ich es auch weiterhin für deutlich, deutlich realistischer, dass er auch wirklich bleibt, im Vergleich zum Avropanos, weil ich glaube, für ihn der Markt nicht so groß ist, wie für Dinos, und vielleicht bei Sosa auch so ein bisschen der Moment, ja, verpasst wurde, um ihn auch für richtig viel Asche zu verkaufen, aber auch bei ihm ist ganz klar, Borna Sosa hat hier auch noch einen guten Vertrag, ist Dienstältester bei uns, also wie gesagt, er könnte auch bleiben, halte ich für realistisch, auch wenn es die ganzen Themen gab, von wegen, hat sich schon verabschiedet und blablabla, das gab es auch schon tausendmal, ich glaube, wenn einer bleiben könnte, weil er sagt, dann mache ich halt doch quasi VfB forever übertrieben gesagt, gab es ja auch so einen Artikel zu, vor kurzem so, dass er keinen Abnehmer findet, zu VfB forever Odyssee, dann ist es glaube ich Sosa, wie gesagt, Dienstälster Spieler bei uns seit 2018 im Kader, viele Angebote auch immer wieder abgelehnt, was uns so berichtet wurde, er hätte schon ein Gefühl, drei Transferfenster gehen können, immer gesagt, nee, ich bleibe, oder es ist doch nicht der Klub, und ich lieber Klassen halten, danach gucken wir weiter, auch bei Sosa ist ganz klar, wieder Vergleichstransfer, Mitchell Bacca, Mitchell Bacca, Linksverteidiger von Leverkusen, ich glaube, die haben nicht so die höchste Meinung mehr von ihm, 10 Millionen, 10 Millionen werden da auf den Tisch geklatscht für den, ich glaube von Atalanta, oder wer es da jetzt war, 10 Millionen klatschen die auf den Tisch für den, dann will ich aber für Sosa auch meine 15 sehen, oder von mir aus Richtung 20, ich glaube nicht, dass man so viel für Sosa bekommt, für Mavropanos, das ist auch ganz klar, aber dann will ich nicht für Sosa irgendwie wieder, was waren es da, irgendwie 12 Millionen lesen, die es im Winter mal irgendwie im Gespräch war, für Leverkusen, wenn du für sowas wie ein Bacca, jetzt no disrespect, aber sowas wie ein Bacca 10 kriegst, dann kann ich mich auch in die Verhandlung setzen, und sagen, hier, Vergleichswert, nichts gibt es, so von dem Thema her, Mittelstädt auch ganz klar, erst geholt, ganz klar wird gehalten, Wagnumann auch halten, 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 dickes Marktwert plus gemacht, auch am Ende, nach der Saison, ich glaube 8 Millionen Wert mittlerweile, auch noch immer noch sehr jung, deutsche Rechtsverteidiger, gibt nicht viel auf dem, auf dem Markt, was deutsche Rechtsverteidiger angeht, in der Talentsparte, also wichtiger Spieler, gegen Ende immer stärker geworden, halten, 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 und Stenzel, ja, darf gerne bleiben, ist jetzt keiner, wo ich sage, der muss irgendwann wieder Startelf spielen, oder sowas, aber einfach auch gutes Allrounder-Backup, ne, der kann Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, das ist alles in Ordnung, so passt für mich als Backup, ich glaube, das sieht sich in der Rolle auch so, ich glaube auch keiner, der irgendwann mal meckert oder sowas, und Angebote für den, oder irgendwie im Gespräch, dass der irgendwie mal weg sind würde, ist glaube ich auch nicht, auch nicht mehr so jung mittlerweile, ich glaube, das passt für beide Seiten, die Rolle, die er hat, gehen wir ins Mittelfeld, Wataru Endo, ja, halten, klare Geschichte, halten, gibt auch keine Gerüchte dazu, zu ihm, ich hoffe weiter, dass er quasi bis Karriereende bei uns bleibt, hoffen wir weiterhin drauf, vielleicht auch irgendwann ein anderer Schritt nach England, aber in dem Alter vielleicht irgendwann auch, vielleicht ist es auch bei ihm so ein bisschen der Moment fast vorbei für den großen Move nach England, deswegen halten, 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 Karaso auch eher halten, finde ich einen sehr wichtigen Spieler bei uns tatsächlich, aber da wurde ja auch öfter berichtet, dass ein bisschen Konkurrenz kommen soll für Atakan Karaso oder generell für das Mittelfeld eben, Thema Keitel und sowas zum Beispiel, deswegen halten, aber vielleicht sogar wirklich Mittelfeld, kommen wir später noch dazu, wo es so Posten sind, wo man gucken müsste, aber im Mittelfeld eben auch so ein bisschen nach Konkurrenz gucken oder eben einfach nach mehr Spielern schauen für die Position, Enzo Mio auch ganz klar halten, 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 bockstarke Entwicklung gemacht, das wird hoffentlich, hoffentlich, geht ja auch so ein bisschen um Konstanz bei ihm, aber hoffentlich einfach eine Stammkraft in den nächsten Jahren, saujung, Riesentalent, marktwert hoch gepusht, er hat auch damals wieder irgendwie für eine Million geholt aus Monaco, jetzt ist er auch irgendwie das 7,5 wert, bockstark, Startelfspieler, hoffentlich wird die Entwicklung genauso weitergehen, Nikolaus Nathai, auch den eher halten, ich glaube, bei ihm jetzt auch nicht wirklich den Markt um ihn abzugeben, der Laie ist, glaube ich, für ihn auch langsam so ein bisschen, sag ich mal, ausgelutscht, der war, glaube ich, auch dann nach Rostock verliehen und dann irgendwie hier, war der nicht auch sogar in Sandhausen oder sowas, nicht sogar zweimal verliehen, weiß ich gerade gar nicht, von dem her, halt noch der vielseitig, mal Linksverteidiger gezockt, defensives Mittelfeld gezockt, ist in Ordnung, jetzt nicht Startelf-Qualität, aber in Ordnung, passt, Eckloff auch halten, da mal gucken, wie es mit Einsatzzeiten aussieht, auch dem hat halt, ja, die Verletzungen haben dem schon ziemlich, ziemlich reingehauen tatsächlich, sonst wäre er vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr gegangen bei uns, aber bei ihm kann man auch weiter noch so ein bisschen hoffen auf den Talentstatus, sag ich mal, Haraguchi, eigentlich einer, den du abgeben kannst, kam halt erst im Winter, aber ist auch eigentlich quasi aussortiert unter Hoeneß, auch Einwechslung bekommen ja irgendwie dann in Mainz, glaube ich, gegen Berlin von Beginn an gespielt, wegen anderen Ausfällen, ja, kannst du von mir das auch behalten, irgendwie als Backup, als Erfahrener, wenn er da in der Rolle auch okay mitgeht, aber grundsätzlich brauchen, sag ich mal, wie gesagt, ohne Disrespekt an irgendeinen Spieler, wirklich halten musst du den jetzt nicht, ist ja die Frage, ob der überhaupt Angebote bekommt, und ob du den loswirst, das hatte ich so eine Frage bei Haraguchi, über Bärs, vorhin schon angesprochen, für mich auch ein ganz klarer Fall von abgeben, da kannst du nochmal eine Laie abwarten, wurde glaube ich auch so geschrieben, dass er halt auch noch saujung ist, nicht viel Gehalt frisst, also da kannst du nochmal eine Laie abwarten und eben vielleicht nochmal gucken, vielleicht mal doch irgendwann einen überraschenden, richtig starken Sprung bei Bärs, aber natürlich abgeben, wie gesagt vorhin das Gerücht mit Austria-Wien, und Laurin Ulrich noch im Mittelfeld aufgelistet, dann kommt gleich der Riesenblock mit Angriff, da ist eben auch die Frage, wie ist die Perspektive, Riesentalent, Position hat auch so ein Ding, da hast du einen Eckloff, du hast da einen Mio, einen Führig, da können auch andere zocken, ist die Frage, wie ist die Perspektive bei Ulrich, vielleicht ist auch da eine Laie, dann eine Idee, Angriff, da wird Roberto Massimo genannt, wie gesagt, Thema, den du auch in die Verteidigung schicken kannst, als Wingback oder sowas, aber Transfork.de hat ihn auf Angriff positioniert und da auch ganz klar abgeben, Massimo abgeben, diese Laie damals, oder die Laie nach Portugal, ich weiß gar nicht, wie die jetzt lief, aber du hast ihn in die zweite portugiesische Liga verliehen, das war dann vom Niveau her, von der Idee her, so eine affige Laie, der kam jetzt körperlich und so schon besser wieder zurück, also scheinbar schon zugelegt, also vielleicht geht er ja auch was, wie gesagt, darf sich gerne alle anschauen, der gute Sebastian Hoeneß, aber Massimo sehe ich irgendwie auch nichts mehr, den kannst du sehr gerne abgeben, ist die Frage, ob du den halt fix abgegeben bekommst, ich glaube, irgendwann vor Ewigkeiten mal ein Gerücht mit irgendeinem Erstligisten aus Portugal, aber vielleicht auch bei ihm so ein Ding, wo du halt den nur per Laie los wirst, so doof gesagt, Moos, ich sehe auch einer, wo du ganz klar sagen musst, abgeben, ich glaube, der hat quasi nichts gekostet, damals auch so ein Ausbildungsentschädigungsding war das, glaube ich, bei ihm, hat halt nie, ich glaube, hat der jemals Erstligal-Fußball gesehen, ja doch, ich glaube, 2021, ich glaube, Topl hat eine kurze Einwechslung bekommen, gegen Freiburg war es, glaube ich, direkt am Anfang der Saison, kurz ein paar Minuten bekommen, drei, vier, aber sonst danach halt auch nie wieder, selbst die Laie dann nach Polen war ja scheinbar nichts, ich glaube, es wurde nicht sogar vorzeitig beendet oder irgendwas auch da am Ende irgendwie komisch gewesen, also selbst in Polen, sage ich mal, vom Niveau her, war das nichts, den musst du abgeben, die Frage, kriegst du den halt auch an irgendwen verscherbelt, ne, wahrscheinlich auch da wieder Notlösung, dann Laie wahrscheinlich, Silas halten, ganz klar, bin vielleicht ein, vielleicht so ein bisschen Silas Kritiker, sage ich mal, ganz bös gesagt, weil ich einfach so ein bisschen noch diese 2021-Saison im Kopf habe, was da alles abging, was da für Zahlen kamen, in den letzten Jahren halt nicht abgerufen, die Verletzungen und alles, also ich erwarte mir von Silas doch noch ein bisschen mehr, eigentlich müsste Silas einer sein, der immer Stamm spielt, aber ist halt eher so Einwächste-Spieler für mich gerade im Kopf, auch so Hamburg-mäßig, auch da Tor gemacht und so, alles okay, also kein schlechter Spieler, aber irgendwie habe ich von Silas noch ein bisschen mehr, mehr Hoffnung in den Mann, aber natürlich ganz logischerweise halten, ein großes VfB-Commitment, was ja auch damals gesagt wurde, in die Richtung, wenn wir absteigen würden, bleibt er auf jeden Fall und er würde sogar sein Gehalt hier halbieren, riesen VfB-Commitment, also auch ganz, ganz, ganz klar halten, Chil Diaz, ähnlich wie Haraguchi, aussortiert, gefühlt auch noch aussortierter als Haraguchi, auch halt erst im Winter gekommen, aber er ist so einer, ohne ihm jetzt irgendwie auch irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber er ist ja eh einer, wenn man auf seine Karriere schaut, sehr großer Weltenbummler, ich glaube, den könnte es dann doch vielleicht irgendwie loswerden, wenn es das Gerücht gab mit Griechenland da, also vielleicht findet sich da doch dann irgendwer für ihn, die nächste Station für ihn, aber ist halt auch nicht, na, weiß ich nicht, aussortiert, keine große Rolle bei uns, würde mich wundern, wenn der hier irgendwie noch groß eine Rolle spielt, deswegen kann es dann auch abgeben, Chris Führig, ganz klar halten, wurde auch immer besser gegen Saisonende dann, Wu Yong Yong, ganz, ganz klar, ist ja auch neu da, also logischerweise halten, Seru Gerasi, halten, 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 wirklich überlegt euch so viele halten, wie ihr wollt, der Mann muss bleiben, gab ja die Berichte, glaube ich, um eine Ausstiegsklausel, weiß nicht, ob das jemals bestätigt wurde, dass es wirklich eine gibt, aber gab ja Gerüchte, dass es eine gibt, was ja auch Sinn macht für ihn, für Gerasi, wenn er schon sagt, yo, ich mache das, ich bleibe bei euch und ich bleibe sogar auch vertraglich so, dass ihr mich verkaufen hättet können, wenn wir abgestiegen wären, also auch da, geile Aktion mit der Vertragsverlängerung oder mit dem Kauf und eben einem Vertrag, Kurzvertragsation gegen HSV, supergeile Aktion, auch supergeiler Typ, aber da ist eben so ein bisschen Angst da, dass vielleicht irgendwer diese Ausstiegsklausel zieht, irgendwie flimmern mir 20 Millionen im Kopf rum, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn natürlich die irgendwer zahlt, irgendwer aus England, irgendwer panisch zahlt, dann kann natürlich passieren, dass er doch noch wechselt, aber bitte, bitte halten, wir haben da wirklich, vielleicht übertreibe ich, ich glaube aber nicht, auch von Statistiken übertreibe ich glaube ich nicht, wir haben da wirklich einen europäischen Topstürmer, wir haben einen europäischen Topstürmer bei uns da am Start, der muss gehalten werden, Wahid Fahir, sehr schade bei ihm, kam mit riesen Lobes, mit riesen Lobes, Lobeshymnen, das ist das falsche Wort, Lobeshymnen, Lobesblätter, so rum, irgendwie so, sind schon über, hier auf der Aufnahme gefühlt über eine Stunde drin, man verzeiht es mir bitte, also Wahid Fahir ganz klar abgeben, das sehe ich nichts mehr, die Laie da irgendwo nach Dänemark, war auch nicht so besonders, es hat die Frage, ob du den verkauft bekommst, vermutlich auch da wieder Notlösung, Laie, aber in dem sehe ich nichts mehr, aber bei ihm auch so ein Kandidat irgendwie vom Bauchgefühl, da würde es mich bei ihm irgendwie auch sehr, sehr freuen, wenn es halt doch noch funktioniert, aber ich sehe es halt wirklich nicht mehr, Juan Jose Perea, das ist schwierig, ich will ihn eigentlich noch nicht aufgeben, er ist ein Jahr da, hat schon so ein bisschen Spritzigkeit drinnen gehabt, schönes Tor gegen die Bayern gemacht, aber am Ende des Tages halt auch nicht, auch dafür, für unsere Verhältnisse auch recht viel gekostet, mit 2,4 Millionen, das hat halt nicht so ganz funktioniert, es kann schon wirklich gut ein Kandidat sein, für eine Laie, ich glaube ganz abgegeben, weiß ich nicht, aber wie gesagt, Angriffe sind ein großes Thema, ich habe hier gefühlt auch schon von 8 Leuten irgendwie 5 abgegeben im Kopf, so oder auch hier in der Liste, weil du hast jetzt so viel da vorne, auch so viel für so wenige Positionen, für dieses Führig-Position, für diese Mio-Position natürlich, deswegen sehe ich da gerade auch nicht wirklich viel Spielzeit für Perea, jetzt kommt noch ein Leveling, jetzt kommt noch ein Jong, ich sehe gerade nicht viel Spielzeit für Perea und dann kannst du ihn so gesehen auch gleich abgeben, weil warum sollte sich dann die Spielzeit irgendwie im nächsten Jahr wieder ändern, so, deswegen wäre schade irgendwie, aber schwieriges Thema Perea, da könnte ich irgendwie alles verstehen, dass du ihn haltest, dass du ihn hältst, das richtige Wort, könnte ich verstehen, dass du ihn abgibst, fix, also verkaufst, könnte ich verstehen, ihn nur per Laie abzugeben, könnte ich auch verstehen, Perea ist so ein schwieriger Kandidat, Luka Pfeiffer ist ganz klar abgeben, muss man also sagen, ganz, 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 ganz klar abgeben, 2,85 Millionen auch gar nicht mal so billig für uns, wahrscheinlich der Mislintat-Flop Nummer 1, würde ich fast sagen, Pfeiffer leider, bleibe ich auch dabei, den hast du damals wahrscheinlich echt einfach so ein bisschen auch, wenn auch nur im Hinterkopf, auch so ein bisschen mit dem Hintergedanke geholt, wenn wir Kalajic nicht rechtzeitig ersetzt bekommen, wurde ja auch eng, kurz vor Dead and Day ist er gewechselt, und dann am Dead and Day noch Girasie, dann haben wir wenigstens einen von diesem Typus, Kalajic, großer Stürmer, Kopfball, so, ich glaube, deswegen wurde er auch geholt, der kam ja schon recht früh, glaube ich, Pfeiffer im Transferfenster, und ich meine, hey, der war damals, glaube ich, zweitbester Torschütze nach Függen in der zweiten Liga, das hätte ja auch funktionieren können, hat sich das jetzt nicht die Idee, einen Pfeiffer zu holen, aber am Ende des Tages hat er halt nichts gebracht, und auch immer wieder Flop-Spieler dabei gehabt, jetzt selbst gegen, wie gesagt, auch da nichts überzubewerten, aber selbst gegen Hohenlohe sah das alles ein bisschen unförmig aus, ich glaube, dem fehlt wahrscheinlich auch komplett das Selbstvertrauen, ich meine, wer soll es ihm übernehmen, also tut mir auch irgendwo leid, Pfeiffer fast, aber das Kapitel hat einfach nicht funktioniert, ich frage, jetzt kriegst du den Verkauf, vielleicht irgendwie zwei Liga verkauft, oder vielleicht verliehen fürs Erste, vielleicht sogar wirklich zurück zu Darmstadt, die haben jetzt ja erst Tietz an Augsburg verloren, ihren Stürmer, vielleicht haben die ja sogar Interesse an Pfeiffer, Rückkehraktion, jetzt als Aufsteiger, wer weiß, keine Ahnung, aber Pfeiffer ist ein Thema, das muss beendet werden, ich glaube, für beide Seiten von VfB, und für ihn muss das Thema beendet werden, Casanara ist noch verletzt, bei ihm ist vielleicht auch eine Laie, eine Idee, weil, wo ist hier, wenn ich mir das alles wieder anschaue, Gerasi und alles, wo ist da die Chance bei ihm, dass er wirklich, wirklich Einsatzzeiten bekommt, Sanko, vorhin angesprochen, will ich diesmal wirklich halten, für die Laie, schade, dass er verliehen wurde erst mal, denn auch die Laie selber lief er nicht so gut, bei Vitesse da in Holland, von dem er Sanko würde ich sehr, sehr gerne halten, und Milosevic, auch da, schwierig, frisch geholt, also verkauft natürlich nicht, aber, obwohl auch laut Gerüchten, ein Laie-Kandidat, nicht so einschätzbar, wie gut der wirklich ist, ich glaube, er wird sich auch das mal angucken, wird auch, ich glaube, warte mal, war es nicht da so, dass er bei uns in den U21 nicht spielen darf, irgendwie, wegen Nationalität und Alter und so Geschichten, also ich glaube, Milosevic wäre nicht verwunderlich, wenn der Mann verliehen wird, dann sind wir alle durch im Kader, kurz auch hier mal, quasi Zwischenstand beim VfB, bisherige Ransfers, Zugänge, Milosevic, ca. 1,2 Millionen, Mitterstedt 500.000, Young, ca. 2,8 Millionen, die verschiedensten Zahlen gibt es da, Gracie, 9 Millionen, und Liebling ist eine Laie, die 200.000 da jetzt außen vor gelassen, die Laie, Laiegebühr, die es scheinbar gibt, und das heißt, weil, ich glaube, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil wir haben ein paar Transfers gehabt, aber auch schon vor Young und auch schon vor Liebling, haben wir halt auch schon gut ausgegeben, also viele hatten auch so ein bisschen diesen Tenor von, wir machen ja gar nichts auf dem Markt und irgendwie Schalke gibt mehr aus als Zeitligist als wir oder Schalke macht mehr auf dem Markt als wir, obwohl die Zeitligisten gerade abgestiegen sind und das mal so ein bisschen vielleicht zu relativieren, wir haben jetzt schon alle, die wir jetzt hier drin haben, 13,5 Millionen ausgegeben in diesem Transfersommer, im letzten Sommer, wie gesagt, Zagadou außen vor gelassen, weil der wird ja offiziell als ablösefrei gewertet und war ja, glaube ich, auch noch nach dem Transferfenster, nach dem Ende irgendwann, war ja freier Spieler, deswegen habe ich das ein bisschen rausgenommen, natürlich kann ich den auch mit reinrechnen mit irgendwie, dann irgendwie sieben Millionen oder sowas, aber ich habe mal rausgelassen aus der Wertung, ähm, letzten Sommer haben wir zwölfeinhalb ausgegeben, in Summe, zwölfeinhalb Millionen und damals haben wir 38 Millionen eingenommen, ne, also für diesen Tenor von wegen, wir machen gar nichts, wir haben jetzt schon, wie sagt Zagadou außen vor, haben jetzt schon Abhängige bisher, es sind Müller anderthalb Millionen und Kohl 300.000, das war's, der Rest alles ablösefrei, natürlich kann noch das mit Mafopanus passieren, aber einfach, um ein bisschen das vielleicht zu relativieren, ähm, wir haben jetzt schon dreizehneinhalb Millionen ausgegeben im Sommer, weil diese Garacino-Millionen, vergisst man da fast, weil sie schon ein bisschen länger her sind und diese neun Millionen schon länger bekannt sind als Kaufer zu und alles, aber wir haben sie gezogen, dreizehneinhalb Millionen ausgegeben diesen Sommer, letzten Sommer zwölfeinhalb ausgegeben, aber eben dafür auch 38 Millionen eingenommen, äh, letzten Sommer, bisher 1,8 Millionen eingenommen, also so ein bisschen, das ist, ein bisschen zu relativieren und ich glaube jetzt auch, dass wir dann jetzt, Stand jetzt, ähm, Nachleveling, ähm, erstmal nichts mehr machen können, glaube ich, ähm, bevor wir jemanden verkaufen oder zumindest nichts machen können, ohne sicher zu wissen, dass wir jemanden verkaufen, ne, du kannst ja trotzdem jemanden holen, weil du weißt, ey, in der Woche kriegt man 25 Millionen für Mafopanus, ne, so doof gesagt, das heißt, da wird man wahrscheinlich erst mal darauf achten, was passiert mit Sosa, mit Mafopanus, mit Ito, das ist wahrscheinlich so die größten Kandidaten, vielleicht Gerasi auch noch, aber wir hoffen es natürlich nicht, ähm, deswegen, für mich gerade der Stand der Dinge, was ich gerne vielleicht wirklich noch hätte, ich hätte auch, ich hätte es, ich würde auch keinen Herzinfarkt bekommen, wenn wir mit Bredlow und Simon und Schock reingehen, grundsätzlich, aber ich hätte trotzdem irgendwie doch gerne, ähm, eine Konkurrenz um die Nummer 1, einfach eine Konkurrenz, ne, so, ähm, den jetzt gar nicht in den Ring werfen, weil er hat auch lange nicht gespielt, weil keiner weiß, was das Niveau ist, aber ich wundere zum Beispiel, dass der Name Timo Horn noch nie gefallen ist, ich glaube auch generell nirgends, ablösefrei von Köln, vereinsweise ist er auch noch Stammhieber gewesen, natürlich, Schwäbe viel besser, ne, aber der war auch mal richtig stark, das, das spielig zu sagen, ob der jetzt gerade nach der Zeit, wo er nicht gespielt hat, und es nicht, 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 äh, Stamm gespielt hat, ob der jetzt aktuell dann, besser ist, oder gleichwertig ist mit Bredlow, aber eine Konkurrenz wäre es auf jeden Fall nur eins, ich will ihn gar nicht in den Ring werfen, gibt kein Gerücht dazu, aber das merkt mich, dass er generell noch nirgends, in Gesprächen ist, weil der ist ja ablösefrei, kann es ja jeder holen, ähm, was ich auch eigentlich noch bräuchte, das hängt natürlich auch sehr viel davon ab, ähm, was mit Mafropanos und Sosa passiert, da auch ganz klar, vorhin angesprochen, nochmal zur Vorständigkeit natürlich, bei den beiden, also so Transferplanung mäßig, wenn du bei denen Transferangebote bekommst, auf angemessene Summe achten, bei Mafropanos, dein Preisschild durchsetzen, ne, so Geschichten, ähm, aber Innenverteidigung, Backup, ist ein Thema, glaube ich, weil jetzt hast du natürlich Mafropanos, Anton, dann hast du gut Ito und Zagadu, gerade reicht es mit vier Stück, ähm, wenn man diese Dreier, gut, Dreierkette spielen wir ja eigentlich, das heißt, du hast eigentlich nur ein Backup, vielleicht dann nochmal gucken, Stenzen kannst du natürlich auch spielen, in Karasau kannst du von mir auch mal spielen, Innenverteidiger, aber vom Ding her irgendwie nochmal so ein Backup, vielleicht haben sie auch irgendwie noch so Jugend, wo sie sagen, ey, geil, nimmst du den mit hoch, so Makliza-mäßig, ähm, du brauchst ja, brauchst ja im Normalfall eh nur quasi zum Kader auffüllen, sag ich mal, äh, weil so ein Nummer 1 Backup hast du ja, zum Beispiel jetzt Ito mal von Panos Anton, dann hast du Nummer 1 Backup, zacka du, ne, aber er wird zum Auffüllen, vielleicht nochmal irgendwie ein Backup holen, deswegen war auch so ein bisschen Makliza nicht ganz verständlich, dass man ihn nochmal direkt abgegeben hat, aber ist ja so geschehen jetzt, ähm, noch einer für das zentrale Mittelfeld, wie angesprochen, glaube ich, der Kicker war es damals, der sein Gebruder mit den, mit der Konkurrenz für Karasau, dass sie da überlegen, dass sie dem eine Konkurrenz holen, und generell, wir haben sehr, sehr viel Offensiv, auch sehr viel Offensives Mittelfeld, aber beim defensiven Mittelfeld, oder zentralen Mittelfeld, wird es dann schon ein bisschen dünner, ne, Endo, Karasau, Nathai, fällt mir gerade so aus dem Stand ein, habe ich es irgendwann vergessen, dass er das spielen kann, Uttaraguchi, ja, Mio kann es von mir aus auch mal spielen, aber natürlich auch viel, viel mehr Offensiv tragen, und das war es dann eigentlich schon, also so für defensivere, defensiver orientiertere Mittelfeldspieler, da fängt nochmal jemanden, da haben wir ja auch schon einige Gerüchte, ne, Kite-Laster am Start, ähm, zum Beispiel, also sie schauen dann wohl schon auch durchaus auf diesen Markt, ne, so ist nicht, und vorne drin, ganz klar, gerade schon angesprochen, musst du dick ausmisten, du musst vorne drin ganz, ganz dick ausmisten, und eben gucken, was du auch wirklich, ich sag mal, final, doof gesagt, ausgemistet bekommst, was du eben nur, nur verliehen bekommst, äh, von mir aus, und vielleicht wirklich einfach, ich sag mal, ein besseres Gerasi-Backup als Pfeiffer, dann gehst du in die Saison rein wieder, wo du sagst, ja, Gerasi, ganz klar Nummer 1, und danach hast du dann halt irgendwie, also, begehen wir davon aus, dass Pfeiffer weg ist dann, Fahre vermutlich auch weg, da hast du Sanko, vielleicht noch Milosevic, Silas kann natürlich auch mal grundsätzlich Stürmer spielen, aber, wie das gelieft letzte Saison, will man es glaube ich auch nicht unbedingt nochmal haben, unter Labbadia, als der da, äh, für Gerasi spielen musste, hinter Gerasi wird es dann dünn, wenn der noch so eine Verletzung hat, wie er seine 7 Spieler ausfällt, wie unter Labbadia, haben wir gesehen, und wäre gerade hier weiter in der Stand, dann wird es eng, wenn du das gerade nicht wirklich ein, nur du sagst, ja gut, haben wir Backup, ist okay, du wirst kein Backup haben auf Gerasi-Niveau, ist ja auch ganz klar, aber eben einfach ein bisschen, bisschen mehr als halt dann, ich sag mal Wundertüte, ne, Pfeiffer nicht funktioniert, dann hättest du quasi nur so Talent-Wundertüten, Sanko, Milosevic, Chomiris, Castanaras, ne, vielleicht, vielleicht sogar Fahir, Perea, du hast halt nichts, wo du sagst, ja, das ist der Backup, und da, auf den können wir uns auch verlassen, wenn, äh, Gerasi, vielleicht ist das nochmal ein Posten, es kommt noch rein, wer wechselt noch, ähm, und auch ganz klar, Transferfenster ist noch offen, bis zum 31.8., da ist noch Zeit, also auch da, erst mal chillen, sag ich mal, jetzt geht's ins Trainingslager, ab Montag hast du die ersten paar Transfers schon getätigt, große Frage eigentlich nur noch beim Torwart offen, ob du da was machst, und was du da machst, und sonst steht der Kader erstmal, solange eben keiner abgegeben wird, wie mal Frau Paunus, weil die muss ich ja auch dann ganz klar noch ersetzen, das ist ja auch ganz logisch, deswegen gerne eure Meinungen in die Kommentare, zur Kaderanalyse, zu dem, was ihr so machen würdet, auf dem Markt noch, und natürlich auch noch, was sie gucken könnten jetzt schon, sind Verträge, die auslaufen nächsten Sommer, immer vier Leute rausgeholt, weil ein paar mehr, aber die dann, so Leute, so keine Daten sind, wo du auch nicht unbedingt verlängern musst, sag ich mal, aber Bredlo läuft nächsten Sommer aus, Stenzel läuft nächsten Sommer aus, Eckloff läuft nächsten Sommer aus, und auch Vataru Endos Vertrag, Vataru Endos Vertrag läuft, ja, in weniger als einem Jahr aus, der läuft dann, 30. Juni 2024, 2024 läuft er aus, da musst du sofort ran, also ich hoffe, sie machen schon, für ein Gespräch, wie auch immer, da musst du frühzeitig ran, den müssen wir verlängern, Vataru Endo Kapitän, ganz klare Geschichte, und dann würde ich sagen, haben wir wieder sehr, sehr viel besprochen, in dieser VfB News Folge, wieder sehr lang geworden, ich kann es immer nicht genau einschätzen, weil ich ja immer Pausen lasse, damit ich schneiden kann, die einzelnen Kategorien, für die Timestamps, aber geht wohl wieder, in die Richtung von einer Stunde, von dem her, danke auch an jeden, der sich wieder reingezogen hat, über diese Länge hier, natürlich vor allem, Kateranalyse, wie angesprochen, gerne eure Meinung dazu rein, mal jetzt hier mit reingenommen, auch ein extra Video machen, könntest du Kateranalyse, Kateranalyse, aber dachte mir, komm, nee, packst du hier mit rein, passt hier mit rein, ist in Ordnung, natürlich auch die anderen Themen, Neon, Leveling, dies, das, einiges besprochen, bedankt fürs Zuschauen, natürlich wie immer viel mehr, hier auch fürs Zuhören, jetzt auch das erste Mal, mit neuem Intro, und auch, sag mal leicht verändertem Outro, da ist nicht viel groß dran getan, werdet ihr auch dann gleich hören, wenn ich hier endlich mal durch bin, mit Labern, sag ich mal, natürlich wie immer auch gerne kostenlos ein Like und ein Abo da lassen, ganz klar Geschichte, und bis zum nächsten Mal.